o o oktobus in einer gemütlichen meereshöhle wohnte einst ein oktobus er führte ein schönes leben mit frischen fischen in hülle und fülle und einer herrlichen aussicht auf das riff Eines Morgens aber, als der Oktobus nach Hause kam, ragte ein wild fremder Fischschwanz aus seiner Höhle. »Oh, oh«, erschrak der Oktobus, »das musste er sofort mit seinen Freunden besprechen.« Der Einsiedlerkrebs hörte ihm zu und seufzte gelangweilt. »Ach, Einsiedelei, ach Einerlei, ist das denn so wichtig? Dann zieh eben um!« Der Oktobus schüttelte den Kopf und winkte mit allen acht Armen ab. Mit diesem Rat konnte er ganz und gar nichts anfangen. Die Quallen, die alles gehört hatten, machten einen anderen Vorschlag. Da gibt's nur eins, das Ding muss weg. Ärgern, Nerven, Piesacken. Der Oktobus dachte an den riesigen Fischschwanz und wusste genau, das war keine gute Idee und er schwamm weiter. Zum Walfisch. Der war so groß, der wusste bestimmt, was zu tun war, aber der Walfisch wusste es auch nicht. Er hatte keine Höhle. Er brauchte keine Höhle. Der Walfisch wohnte, wo er gerade schwamm, und er kümmerte sich weiter um nichts. Den Oktobus verließ der Mut und er ließ sich bis auf den Meeresboden sinken. Dort lag seelenruhig der Riffbarsch in seinem Wrack. Erzähl, sagte der Riffbarsch. Und der Oktobus erzählte. Er erzählte von dem wildfremden Schwanz in seiner Höhle, die er so liebte und in der er schon so lange wohnte. Entspann dich, sagte der Riffbarsch. Schön ruhig atmen. Ruhig atmen, schnaufte der Oktobus, als ob das helfen würde. Ohne nach links oder rechts zu sehen, schwamm er weiter. Und stieß beinahe mit dem Rotfeuerfisch zusammen. Was soll denn das werden, schnaubte der. Hast du ein Problem? Ja genau, du. Was willst du von mir? Der Rotfeuerfisch stellte sämtliche Stacheln auf. Nichts, stammelte der Oktobus schüchtern. Aber in meiner Höhle steckt ein Fischschwanz und jetzt weiß ich nicht. Kurzen Prozess machen. Der Rotfeuerfisch ließ seine Zähne blitzen. Auf einen Satz verschlucken das Ding. Der Oktobus erschauderte und schluckte und zitterte und schwamm davon, so schnell er konnte. Er schwamm noch ein bisschen herum. Was sollte er nur machen? Jeder hatte etwas Schlaues dazu zu sagen. Feuerspucken, meinte der Feuerfisch. Pieken, sagte die Seenadel. Ganz deiner Meinung, nickte der Seeigel. Einschleimen, neselte die Meeresschnecke. Deine sieben Sachen packen, empfahl der Kofferfisch. Erklär ihm den Krieg, dröhnte der Soldatenfisch. Der Laternenfisch leuchtete still und der Pyjama-Barsch gehnte. Oh, jammerte der Oktobus. Oh, oh. Die vielen verschiedenen Fische gaben so viele verschiedene Ratschläge, dass dem Oktobus ganz übel wurde. Der sagt dies, die sagen das, die eine sagt so, der andere sagt so, und du selber, und du selber? Was sagst du denn dazu? Ich könnte zu dem Schwanz hinschwimmen. Ich könnte diesen Fisch ganz furchtbar freundlich bitten, wegzugehen. Der Oktobus zweifelte und zweifelte und trödelte schließlich langsam zurück zu seiner Höhle und klopfte vorsichtig an den wildfremden Schwanz. Hallo, du, begann der Oktobus leise, wärst du bitte so freundlich? Hilfe, schluchzte ein leises, ängstliches Stimmchen. Kann bitte jemand an meinem Schwanz ziehen? Ich stecke schon so lange fest. So ein großer Schwanz und dann so eine kleine Stimme. Mit all seinen acht Armen packte der Oktobus kräftig zu. Er zog und zog und zog und rief, oh und oh und oh, kann hier jemand helfen? Und alle kamen und halfen mit. Oh, oh, errötete der Oktobus. Was für eine Überraschung. Was für eine Schauspiel sind wir jetzt die Schauspieler? Vielen Dank.